Willkommen zurück auf meinem Kanal. Bei den Ferrari-Boleden konnte man gestern vor dem Start des Belgien Grand Prix einen gelben Kühlbeutel auf der Onboard-Kamera erkennen. Einige Konkurrenten, wie zum Beispiel Mercedes, sind zwar daraufhin aufmerksam geworden, haben sich aber nicht bei den Sportkommissaren beschwert. Es droht keine Strafe seitens der Fiat, denn Charlie Whiting erklärte, dass das legal ist und dass keine Regel dazu existiere. Außerdem meint der Brite, dass Ferrari das ja nicht heimlich machen würde, schon gar nicht mit einer auffälligen Kühltasche. Die Italiener erklärten den Zweck der Kühltasche mit der Begründung, die sensible Elektronik der Kamera zu schützen. Theorien wären die Temperaturverringerung in der Airbox zur Leistungssteigerung am Start oder bloß zur Ablenkung für die Konkurrenten, damit man andere Teile am Boliden nicht sieht. Wofür könnte eurer Meinung nach die Kühltasche sein? Meinungen wie immer in die Kommentare. Nun ab zum nächsten Thema. Nico Höckenberg hatte gestern beim Start eine Massenkarambolage ausgelöst, indem er Fernando Alonso hinten drauf gefahren ist und er wiederum auf Leclerc's Halo gelandet ist. Der Deutsche sieht die Schuld klar bei sich und wurde dementsprechend auch bestraft. Beim Italien Grand Prix am Sonntag muss der Renault Pilot 10 Plätze weiter hinten starten und er bekommt noch 3 Strafpunkte auf seine Superlizenz. Ist die Strafe gerechtfertigt oder zu hart? Meinungen wie immer in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema. Beim Team Racing Point wird es in Monza auch weiterhin die Fahrerpaarung Perez und Ocon geben. Das hat Teamchef Ottmar Schaffnauer zwar bestätigt, aber auch nur für dieses eine Rennen. Das könnte bedeuten, dass Joel Ocon ab Singapur ersetzt, da Perez seinen Vertrag für 2019 bereits unterzeichnet hat. Meinungen zu diesem Thema wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Soll es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.